Du, schaust du in der Tasche nimmer nach? Na, ich schau immer, was da so drinnen ist. So, was da immer drinnen ist? Du, hast du schon mitgericht, dass die Männer, wenn sie älter werden, dass die da immer quasi so Männer sind, müssen noch mal ihre Gefühle freien Lauf lassen und so? Ja, das ist doch von Laura Matthäus. Ja, schon wieder frei. Und schaust du wieder aus wie die andere? Immer der gleiche Typ. Immer die. Die blöde Maudin, eine Frau sei, dass immer der eine findet. Ja, der Mann hat ja auch ein Geld und so weiter. Und das hat er doch nimmer, der ist auch schon fertig, das Geld. Ja, freilich, so viele Weiber, wie der gehabt hat, die haben den schon ausgenommen. Aber, dass die Männer im Alter immer ihr Jagdgebiet erweitern müssen, obwohl die Munition immer knappe wird. Ach so. Das ist ein guter Spruch. Das ist schön. Hier wollen wir merken, wir waren sicher. Ja, genau da musst du bringen. Und diese Jagdgebiete werden erweitert, weil die Munition immer knapper wird. Genau. Ja, das ist lustig. Du sagst zum Seehofer. Ja! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.